Ein Hamsterkauf aus Versehen. Auch in Australien griffen Panikkäufer aus Angst vor einer Corona-Quarantäne um sich, weshalb viele Händler eine Rationierung von einer Rolle Toilettenpapier pro Person einführten. Heidi allerdings bestellte bei ihrem gewohnten Online-Händler 48 Kartons statt 48 Rollen. Heidi war über ihren Fehler nicht nur erschrocken, sondern fühlte sich auch wie ein ziemlicher Idiot. Ihr Ehemann Chris und ihre Kinder nahmen es jedoch mit Humor. Sie rechneten aus, dass sie nun zwölf Jahre brauchen würden, um die riesige Bestellung zu bewältigen. Allerdings hat die Familie schon entschieden, einige Kartons zum Einkaufspreis weiterzugeben.